Yo Leute, willkommen zurück bei der Party, die Donn-Edition. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört Leute, weil wir die Einnahmen geholt haben, also besser gesagt. Wir haben uns ein paar Läden übernommen. Jetzt geht es dann weiter. Ich werde dann weitermachen. Ich habe da irgendwas markiert, ich muss mal schauen. Ja, den Laden konnte ich nicht holen, ne. Wir haben uns ja richtig blamiert. Ah, diesmal hole ich mir den direkt, weil ich will New Jersey schon fast übernehmen, bevor ich die Hauptquest mache, alle. Ist doch besser so, Leute. Dann werde ich noch... Okay, auf jeden Fall werde ich noch Nebenaufgaben machen, deswegen, Leute. So, hier rein, glaube ich. Ja, aber nicht so. So, ist auch ein schwieriges Laden, Leute. Ich glaube, New Jersey ist allgemein auch schwer, ne, wie Brooklyn. So, fangen wir mal langsam. Dann kann es losgehen. Ich kann nicht gehen. Mach was. Hallo, schießt ihr noch ab? Was ist denn da? Schießt ihr noch ab? Ja, toll. Was für ein Idiot. Ja, ich glaube, ich bin tot, Leute. Ja. Ja, du hast den Kerl, aber du voll Idiot wegen dir. Guck mal, unsere Lebensanzeige. Weil du nicht geschossen hast gerade. So, Zahltag, 21.000. Schmeckt. Aber ich hätte gerne 50.000, ne, Leute. Ich schaue mal, wie das geht. Unglaublich. Oh, brechen sie in das Zimmer des Polizeizelfs in Gertsch Hotel im New Jersey ein. Das musst du auch noch machen. Und da oben steht da, Beförderung. Dann bekommen wir 50.000. Und mit 50.000 können wir dann auch die Upgrades machen. Oder Sachen kaufen, ne. Ist da jemand? Ja. Wir brauchen... Wir brauchen die Flasche, ne. Das haben wir nicht. Shit, ey. Ah. Ist keiner mehr? Ja, aber die Flasche haben wir auch nicht, ne. Oh Mann, können wir das jetzt wieder nicht übernehmen? Den haben wir doch schon. Aber was ist mit hier? Was? Reicht ein Mann etwa nicht? Schnappt euch diesen Schwächling, Jungs. Ja, da dem schiebt. Er ist getroffen. Pump den Fall frei, Jungs. Wenn du mehr ein Angebot machen willst, spuck's aus. Ja, da ist die Flasche. So, lass erst mal warten, kurz. So. Muss wir den verkloppen, damit der dann mehr gibt? Ne. Hast du genug? Ich möchte dich mal. Ich möchte dich mal. Ja, das war das. Du machst alles nur noch schlimmer. Mach 1000, komm. 1000. Ja. Die Corleones möchten an jedem LKW, der hier durchkommt, mitverdienen. Der Deal steht, okay? Lass mich los. Ja, 1000 gefällt mir auch. Wochengeld, Leute. Geld. Geld. Kaputt, verdammter Bastard. Ja, kaputt. Und selber. Die sind voll am Beleidigen hier, ne? Nungle. Die ganze Zeit. So, jetzt haben wir kein Auto mehr. Und da ist noch was. Nehmen wir mit. So, den Laden haben wir jetzt übernommen. Jetzt kann ich den Wegpunkt wegpacken. Also entfernen. Ich glaube, das ist ein Lagerhaus. Aber wir holen uns jetzt den anderen. Ja, den da unten mache ich jetzt. Den Strachis. Kommst du? Du Vollidiot, ey. Wegen dir, ne? Wirklich. Ich kann so blöd sein und mich schießen. Manchmal ist er schon... Also, der tut gute Aktionen, ne? Aber manchmal ist er richtig blöd. Ja, die KI, ne, Leute. Also, das Ding. Oh, und wir haben so ein scheiß Auto jetzt genommen. Weil ich muss das weg. Also, andersrum kommen. Weil er kann nur aus rechts schießen. Weil er hat nun kein Auto. Vielleicht noch mal nach. Schieß den noch ab. Ich mache ja wieder das gleiche Problem. Okay. Elender. Was? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Lass das! Ich soll das lassen, ne? Jo, da ist doch einer. Hilfe! Die sind erledigt. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen. Hast du doch gemacht. Jo, da ist doch wieder meine Killerpistole. Furchtbar. Furchtbar, finde ich auch. Ist da noch jemand? Wie komme ich denn zur Karnik? Was ist mit Ihrem Freund hier? So, machen wir mal seine Sachen kaputt. Nein, nicht den. Das ist unser Rekrut. Kaum 900 reicht. Ja, hab ich auch. So, jetzt muss ich aufpassen. Bestimmt sind da Leute. Ja. Ich hab kein freies Schussfeld. Rücke mal. Ich rücke vor. Ja, mach weiter. Schieß den ab. Ach du erwischt, ey. Du hast ihn noch getötet. Du Vollidiot. Ich glaub, wir ändern den Namen von dem, ne? Weiß ja jetzt nicht mehr, wie der heißt. Guck jetzt gleich. Raphael. Okay, Raphael. Ab jetzt heißt du Idiot. Komm schon. Ich schlag auch nicht zu hart zu. Wie gefällt dir das? Wer schießt denn da? Ach so. Gut gemacht, Raphael. Also Idiot. Komm, ich nenne den Idiot, wenn er nur scheiße macht, ne? Hat das eigentlich schon die ganze Zeit gemacht. Raphael. Oh, Mann. So, jetzt gehen wir mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist da noch jemand. Ja, hab ich mir gedacht. Ey, die Killer-Pistole macht, Leute. Wirklich. Du kennst das Spiel, was? Also gut, schieß los. Oh, nicht. Okay, erwirken. Oh, nicht. Ja, dann schieß nicht mal. Geben Sie mir, was ich will. Sofort. Ja, hab ich mir gedacht. Tu es, Boss. Erwirk das Schwein. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen den Arm zu brechen. Komm, reicht. Mit dem Schmuggel ist Schluss, wenn Sie die Corleones nicht beteiligen. Kapiert? Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Früher hab ich das immer so falsch gemacht, ne? Voll so. Manchmal hab ich das nicht hinbekommen. Ich hab die zu viel verhauen, ey. Ich hab nur Scheiße gemacht. Aber zum Glück. Also, wo ich das privat gespielt hab, meine Leute. Aber zum Glück mach ich das hier nicht. Können wir gar keinen Laden übernehmen. So, weg hier. Wir gehen direkt den nächsten Laden übernehmen. So, wo ist unser Auto? Ja, den will ich nicht, ey. Wir brauchen so einen. Damit der auch von links und rechts schießen kann. Oh, Leute. Wir haben neben, also Hauptquest bekommen. Warte mal. Treffen Sie sich auf dem Anwesen der Corleone mit Michael. Werden wir befördert? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaub, die Aufgaben, also das geht weiter. Äh. Ich glaub, wir werden auch befördern. Kann sein. Da hinten waren die. So, da ist die Flasche. Oder? Da kommt einer. Ja, ich wechsle die Waffe schon mal. Ist das eine Flasche? Nein, das war keine Flasche. Das sah nur so aus. So, das ist der. Oh, uh. He, he, he. Ja, du kannst ihn doch erledigen, oder? Alter, wieso stirbt der nicht? Jetzt ist der Tod. Nun, wenn ich rausfange, stirbt der. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich die Hauptquest jetzt weitermachen soll. Ich glaub, wir haben nicht zu viel Zeit, ne? Also, ich will doch New Jersey noch ein bisschen bleiben. Hauptquest mache ich beim nächsten Part, ja. Direkt. Am Anfang. Normal. Nehmen Sie Ihre Flotzen weg. Erwürgen? Nein. Dann abschließen. Ob ihr... Nicht! Bitte nicht! Legen Sie es nicht drauf an! Okay. Mach den Boss jetzt nicht sauer, kapiert? Das hat wehgetan. Was haben Sie für ein Problem? Ja, komm, ey. Schön haben Sie es hier. Wäre doch schade, wenn sich das ändern würde. Einverstanden. Sagen Sie dem Don, er kann sich auf mich verlassen. Keine Ahnung, warum der gar keinen Bonus gegeben hat. Ist doch jetzt egal, ey. Ich mach mal ne Pause, Boss. Hohl mich, wenn du mich brauchst. Komm. Idiot. Das meine ich, Leute. Mach der ist ja wirklich ein Idiot. So, wie viel brauchen wir? 50.000 geht eigentlich, ne? Aber ich will sparen, Leute. Ich will das nächste Waffe kaufen. Deswegen. Und die sind auch nicht mehr so teuer, ne? Die sind billig eigentlich. Also, der war 350.000. Ja. Zielt auf deine Brust! Da ist einer. Oh! Ich hab ihn, Boss. Ich bin getroffen, Boss. Oh, und ja. Schrecklich. Boss, mich hat's erwischt. Ja. Du Idiot. Wer macht denn sowas? Okay, es reicht. Hast du alle umgebracht? Schrecklich. Ich glaub schon. Schrecklich. Richtig schrecklich. Schrecklich. Ist das Blut? Es reicht. Ich bin einverstanden. Wie hoch ist Ihre Lebensversicherung? Komm, reicht. Sie haben flinke Karten. Die Corleones fordern ihren Anteil. Verstanden? Okay, du hast gewonnen. Aber wehe, du hältst deinen Teil des Deals nicht ein. Halt's Maul. So. Nehmen wir noch den Tresor mit. Ich weiß nicht, ob ich bei dem anderen Laden den Tresor mitgenommen hab, ne? Doch, haben wir doch. Oh Mann, ey. Vergess dich schon geworden. So, wir haben noch Zeit. Aber ich geh mal runter. Vielleicht ist da noch was. Ganz unten. Im Keller. Ja. Ist was. Wieder Boxer, ne? Ja, Leute. Wir können eigentlich kämpfen. Ah, nein, nein, nein. Schaut ihn dir mal an. Der hat vier Punkte. Oh, oh. Jetzt hab ich den außerdem gehauen. Folgt der mir jetzt? Ja, Leute. Der hat vier Punkte. Ich würd ja jetzt gegen ihn jetzt kämpfen. Ah, da kommt der. Ja, ich würd, ich würd nicht jetzt abhauen. Aber das Ding ist, Leute. Ich will diesen, ähm, die Aufgabe noch lassen. Wenn ich ihn jetzt töte, ich glaub nicht, dass der, dass ich dann wieder dahin kann. Das ist das Ding, ne? Und den Dings hab ich jetzt auch nicht mitgenommen. Den Apartment. Hab ich jetzt nicht gekauft. So, wo lang? Ich glaub, wir fahren falsch. Ja, ich muss zurück. So, wen brauchen wir denn noch, wenn ich den jetzt übernehme? Eins. Da ist noch ein Lager. Da oben ist, glaub ich, noch ein Lager. Was ist eigentlich da in der Mitte, ey? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaub, den hol ich mir auch, vielleicht. Oder wir holen Nebenaufgabe. Weil beim, wie gesagt, beim nächsten Part werde ich die Hauptquests da weitermachen. Ich bin dann sicher, dass wir befördert werden. Da waren noch zwei Strutschies, ne? Da ist noch, ne? Keine Bewegung! Da sind noch welche hier. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Das war das L... Was für eine Tragödie! Zwei gegen einen? Wie mutig! Maul. Das erzähl ich alles der Polizei! Denken wir an Ihre Familie. Sie wollen doch... Oh nein! Komm, schieß den Bart. In 10... Hey, Mister! Beruhig... Lass mich gefälligst los! Ich hab mir die Hand verletzt! Gib mir tausend! Verdammt! Was hab ich getan? So reicht. Diese Rasierklingen sind richtig scharf. Hab ich recht? Ich mache hier alles, aber bitte tun Sie mir nichts. Boah, ich muss hier aufpassen. Hier kommt ein bisschen auch noch weiter. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Okay, Boss? Ist hier keiner? Ne, hier war keiner. Aber wir nehmen den Tresor mit, ne? Ja! Ah! Hahaha! Ah! Idioten. Das Zeug war nagelneu! Das Zeug war nagelneu. Genau. Jo, jetzt können wir unsere Sachen jetzt weg... Naja, wir können einen Haarschnitt machen. Das ist ja ein Friseurladen. So, weiter geht's. Aber ich würde gerne ein anderes Auto nehmen, ne? Weil der ist fast Schrott. Ah, nehmen wir den da. Ja, finde ich auch scheiße. Sollen wir uns den Laden mal anschauen, Leute? Ich weiß nicht. Nebenaufgabe würde noch reichen, eigentlich, ne? Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt die Nebenaufgabe jetzt hier holen würde. Ich hoffe, dass das in New Jersey dann ist, die Nebenaufgabe. Wenn nicht, dann hole ich mir den da oben. Komm, wir holen uns die Nebenaufgabe. So viel Zeit habe ich noch. Das ist Rocco. Rocco lebt in New Jersey. Das war gute Arbeit beim letzten Mal. Die Tattalias haben Angst. Bist du bereit, was gegen die Stradjis zu unternehmen? Normal. Das weißt du. Was liegt an? Die Stradjis haben ein Kapo. Michael Kosta. Der Kerl schmuggelt Waffen über die kanadische Grenze. Und diese Waffen töten Corleones. Okay. Kosta muss sterben. Seine Lieferungen kommen am Bahnhof an. Du hast also jede Menge Deckungsmöglichkeiten. Benutzt dein Auto. Kapisch? Kapisch. Überfahren Sie Kosta mit einem Auto. Töten Sie Michael Kosta. Ja, machen wir. Aber wenn er mir... Nein, Gott. Aus dem Weg geht noch. Dieser Charlie ist ein Traum. Scheiße. Ein Albtraum, wenn du mich fragst. Wo ist das denn? Nein, das ist sogar da, ey. Leute, das ist doch verarschen, ne. Ey, so viel Pech kann man nicht haben. Ich wollte den Laden übernehmen. Hätte ich das so gemacht, hätten wir den Laden übernommen. Und dann... Da hätten wir den Nebenaufgaben gemacht. Aber woher soll ich den nicht wissen? Naja, das war mir blind. So, hier rein. Schauen wir mal jetzt wieder. Ja. Scheiße, ey. Wie sollen wir denn überfahren? Ja, das Ding ist... Hoffentlich explodiert unser Auto nicht, ne. Dann sind wir erledigt. Aber da sind die Strudgys hier. Ich glaube, wo ist der neue Kosta? Ah, hier, ne. Ja. 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 Nein. Alter. Ja, geschafft. Töten sie Michael Kosta. Mordauftrag ausgeführt. Respekt plus 5000. Geld 1500. Vendetta plus 200. Bonusbedingungen erfüllt. Respekt plus 25.000. Und Geld 7500. Ja, das meine ich, Leute. Wir sind im Arsch. Wir haben vielleicht... Wir sind sterben. Ja. Was für eine Schande. Ist so. Was für eine Schande. Wir gehen direkt speichern, Leute. Ja, das Scheiß-Auto ist explodiert. Das ist das Ding. Kacke. Scheiß abgelaufen, Leute. Ich könnte auch nix, ne. Die haben von hinten geschossen. Vor mir waren noch Leute... Sie sehen halbtot aus. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich brauche für den... Für meinen Rekrut. Keine Sorge. Falls Sie Schmerzen haben... Oh, richtig zu viele. So. Dann haben wir fast den ganzen... New Jersey übernommen. Außer die... Lagerhäuser. Die Lagerhäuser werde ich dann machen... Wenn wir befördert werden, Leute. Weil die letzte Beförderung... Wenn wir 5 Sterne sind... Geht das Spiel ja nicht mehr weiter. Dann ist das ja Ende. Halt nicht. So. Den Laden muss ich auch noch... Irgendwann übernehmen. Werde ich jetzt noch nicht machen. Weil... So viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Also eigentlich schon, ne. Aber ich will ja... Nicht so lange machen, den Part. Ich glaube, den Laden übernehme ich auch... Wenn ich eine Stufe höher bin. Ja, wow. Einfach überfahren die mich. Überfahren die mein Auto. Die wollen mein Auto Zerstörer. Eigentlich, ne. Können wir den Bank jetzt ausrauben. Und dann... Speichern gehen. Wollen wir das mal machen? Wir sind sowieso beim nächsten Part nicht mehr hier. Deswegen. Komm, machen wir. Oh. Hier bekommen wir richtig viel bestimmt. So. Wir müssen keller, ne. Kann mich noch erinnern. Ja, kannst du mir mal... Aus dem Weg gehen ein bisschen. So. Sobald wir den töten, fängt das an. Hab ich dich. Schon direkt zwei Fahrdruckslevel. Ah, Stufe zwei, meine ich. Wie viel Geld bekommen wir hier? Hier haben wir schon 10.000, ne. 20.000? Leute, früher war das hier, glaube ich, sogar 50.000, ne. Ist eigentlich auch schon zu wenig. Bleib hinter mir, Boss. Nen. Ja, danke. Wirklich. Das war knapp. Weil sie hätten wieder nicht gezielt, Leute. Obwohl ich gedrückt hab. Boah, ich hasse das manchmal, wenn er nicht zieht, ne. Oh, shit. Wir sind falsch. Nein. Nicht sterben. So, nehmen wir den Auto mit. Wir kriegen sie. So, geschafft. So, Leute. Ich dachte schon mal, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt. Der Partel, die Donn-Edition. Ciao, Leute. Peter. No-